Du kannst mitmachen, ihr alle könnt mitmachen. Am 25.05.2024 werde ich nochmal einen Dark Souls 1 Run starten. Hier auf YouTube habe ich noch nicht alle Bosse in Dark Souls 1 besiegt und deswegen wird es nochmal einen All Bosses Run geben und um diesen Run spannender zu gestalten, könnt ihr mich während dieses Runs live invaden, also in mein Spiel eindringen und mich bekämpfen. Jeder der mitmachen will braucht natürlich Dark Souls 1 und man muss ein paar Regeln des Spiels befolgen, damit das funktioniert. Zum Beispiel müsst ihr im gleichen Gebiet sein und ich darf noch nicht den Boss des Gebietes besiegt haben. Es wird ein Gegenstand benötigt, der geborstene rote Apfel. Davon gibt es schon relativ früh welche zu holen. Charakter und Waffenlevel dürfen sich nicht zu sehr von meinem unterscheiden und der Invader und ich müssen beide menschlich sein. Es gibt einen Cooldown auf die Invasionen und noch ein paar mehr Regeln. Die Regeln werde ich hier unter dem Video posten und die landen auch nochmal in meinem Discord. Den Link dazu findet ihr dann auch in der Videobeschreibung. Natürlich wird der gesamte Run wieder in kürzeren Folgen hier auf YouTube erscheinen. Und bis dahin, danke fürs Einschalten und ich hoffe, ich sehe euch in meinem Spiel. Tschüss.